Geh durch das Tal, an der Trabe entlang, zu den Stromschnellen hin, am reißenden Fluss. Du wirst den Weg finden, er ist nicht mehr lang. Durch den Trip Tower Forst, durch das Ding kicht hindurch, an der Lichtung entlang, wo die Hirsche stehen. Du wirst den Pfad finden, er ist nicht mehr lang. Auf den Hahnheiderberg, auch ist der Weg steil, die Felsen hinauf, schau nicht zurück. Du wirst den Weg finden, er ist nicht mehr lang. Mir hat das sehr gut gefallen, am besten fand ich wirklich die Sturmlandlieder. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020